Hallo, grüße euch Paraguay Live, wie immer aus Paraguay. Ich bin der Pet und liebe Grüße von uns hier aus Paraguay. Heute sprechen wir über Essen. Ja, vielen Dank auch die vielen Anfragen. Nutzt bitte mir auch die Kommentare da drunter, nicht nur über Anrufe, obwohl wir auch immer uns freuen über die Anrufe und über die E-Mails. Aber mir die Kommentare nutzen, da hat nämlich ein Vorteil, das sehen alle und alle bekommen auch die gleiche Antwort. Okay, also vielen Dank nochmal. Also heute sprechen wir über Fleisch. Warum über Fleisch? Also Paraguay ist im Prinzip ein Fleischland. Es gibt drüber nichts zu rütteln. Also wir selber haben ja eigenes Fleisch, also vier Kühe. Und das Fleisch ist einfach, also man muss es probiert haben. Top Qualität, Top Qualität. Und es gibt in Restaurants auch in Asunción. Und darüber sprechen wir. Also ab und zu gehen wir auch, beziehungsweise fahren wir auch in die Hauptstadt Asunción und gönnen uns ein leckeres Essen. Was wir empfehlen können, ist erstens Paulista. Die Adresse geben wir Ihnen unten. Und Rodergrill. Wir waren da selber noch nicht, beziehungsweise nur einmal, was auch gut, haben wir von Freunden aber auch empfohlen. Es kommt ja darauf an, wo man in der Stadt ist. Es sind zwei verschiedene Standorte. Aber die Qualität ist top. Müsst ihr einfach ausprobieren, einfach hinfahren und genießen. Die Preise sind nicht so hoch, also etwas in höherem Niveau. Aber was sie dafür Angebote bekommt, ist top. Also wirklich top Qualität, also inklusive Nachtisch, Weine, Biere und so weiter. Es gibt nette Kellners. Also es macht Spaß einfach da zu essen. Einfach mal probieren. Bleibt dran. Ich zeige euch die zwei Restaurants, obwohl es viel, viel mehr gibt. Also schaut euch gemeinsam mit mir das an. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.